Eingebaut und mit eurer Küchenfront verblendet, passt sich dieses Angebot der Woche perfekt eurer Küche an. Das Eco50 Programm macht diesen Geschirrspüler zu einem echten Effizienzwunder. Mit der Energieeffizienzklasse A Zweifach Plus verbraucht er in diesem Programm nur 0,92 Kilowattstunden und 6 Liter. Und mit der Trocknungseffizienzklasse A wird euer Geschirr dann auch richtig schnell trocken. Das Aquastop Sicherheitssystem verhindert ein Auslaufen der Maschine und das garantiert Siemens ein Leben lang. Durch die praktischen Vario-Körbe und die Vario-Schublade ist einfaches Beladen kein Problem und selbst sperrige und kleine Teile wie Suppenkellen oder Espressotassen finden hier sicher Platz. Durch den integrierten Beladungssensor wisst ihr dann auch schon vor dem Spülgang, wie viel Wasser verbraucht wird. Und wenn das Familienessen mal wieder etwas größer ausfällt, bietet der Geschirrspüler Platz für bis zu 13 Maßgedecke. Hartnäckige Verschmutzungen haben in der Intensivzone keine Chance mehr. Dabei wird im unteren Spülbereich der Wasserdruck erhöht, bleibt aber im oberen normal, um empfindliches Geschirr weiterhin schonend zu spülen. Mit den 5 Spülprogrammen lässt sich für jedes Geschirr die richtige Option finden und wenn es einmal schneller gehen soll, habt ihr die Möglichkeit mit dem Vario-Speed die Programme um die Hälfte zu verkürzen. Dank einer Lautstärke von nur 44 Dezibel könnt ihr den Geschirrspüler problemlos auch abends noch anstellen. Dieses Angebot der Woche bekommt ihr in allen Expert-Fachmärkten für nur 499 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020